Blicken wir damit nach Tel Aviv zu unserem Kriegsreporter Paul Ronsheimer. Guten Morgen Paul, also Außenministerin Baerbock ist nun in Israel eingetroffen und will vermitteln. Aber wie groß ist tatsächlich ihr Einfluss auf die Regierung Netanjahu? Also wenn Annalena Baerbock wirklich glaubt, dass sie verhindern kann, dass es noch zum Gegenschlag kommt, also dass sie verhindern kann, dass Israel den Iran angreift, ich glaube, dann hat sie sich zu viel vorgenommen, denn ich habe auch gestern Nacht noch einmal von meinen Kontakten gehört, dass es entschieden sei, also das, was wir auch in den letzten Tagen berichtet haben. Es geht nicht mehr um die Frage, ob Israel angreift, sondern um die Frage, wie und wann genau. Und das sind die Dinge, die noch nicht klar sind, die dort in einem sehr kleinen Kreis besprochen werden. Dann möglicherweise versucht Baerbock auf diese Zielführung in irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen, also darüber zu diskutieren, was dann nach einem solchen Schlag passieren könnte, nach einem solchen Gegenschlag Israels. Dass sie tatsächlich bei einem Termin heute zum Beispiel mit Benjamin Netanjahu, den Ministerpräsidenten, davon abhalten könnte, das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben auch andere Politiker in den vergangenen Tagen versucht. Das hat Joe Biden, der US-Präsident, versucht. Und ich nehme mal an, wenn Joe Biden das nicht schafft, dann wird es auch Annalena Baerbock kaum schaffen. Und diejenigen, die für diesen Schlag argumentieren, mit denen ich gestern Abend noch einmal gesprochen habe, darüber, sie argumentieren und sagen, wir müssen antworten, wir müssen jetzt Stärke zeigen. Paulus, es ist ja interessant, dass ausgerechnet der türkische Präsident Erdogan nun wieder zündelt. Was heißt das für die ohnehin angespannte Lage in Nahe Ost? Ja, dass sich Erdogan äußert, wie er sich äußert, nämlich dass er in Israel angreift, das ist hier für niemanden eine Überraschung mehr. Denn wir erinnern uns an den 7. Oktober nach diesem grausamen Hamas-Attacke, nach diesem Attentaten, nach diesem Massaker der Hamas-Terroristen mit 1200 israelischen Toten, mit Entführungen, mit Vergewaltigungen. Selbst dann noch hat Erdogan die Hamas verteidigt. Und dass er jetzt auch wieder in dieser Lage Israel angreift und in Israel hier die Politiker als Schuldige ausmacht, da hört zumindest hier in Tel Aviv und Jerusalem kaum noch jemand hin. Paul, danke für diese aktuellen Informationen an dem Mittwochmorgen. Und du wirst natürlich den Besuch von Annalena Baerbock in Israel genau für uns beobachten. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Und wenn ihr ein paar Minuten fragt, packende aus. ick-